Hallo, Herr Käfer? Du bist es! Wir müssen zum Mond! Fantastisch! Wieso? Ich erzähl's dir. Peterchen, wir sind die außerwählten Kinder und fliegen zum Mond mit dem Herrn zum Samanen. Seine Birken und die bösen Baumfäller sind da, weil die Nachtwälder sie alle auf den Mond verbannt hat. Oh, ups, Entschuldigung. Anna, Käfer sprechen nicht. Mann, du nervst. Anna? Warte! Wo bin ich? Ist das die Erde? Ich bin der Sandmann. Warum bist du nicht im Bett? Wo ist meine Schwester? Sie wurde entführt. Habt dich. Eure Majestät. Ich muss meine Schwester Anna retten. Mit den zwei Blödmännern werden wir alleine fertig. Bei Sonnenaufgang ist die Mondkanone bereit. Dann herrsche ich über das ganze Universum. Der Mondmann will dies, der Mondmann will das. Mein großer Bruder, macht euch fertig. Solch eine Mission ist nichts für dich. Das ist was für starke, mutige Helden. Mutig und stark zu sein hat doch nichts mit der Größe zu tun. Mir nach! Sie brauchen uns hier. Auf zum Mond! Das ist für die Reise. Zum Mond? Nein, nach Mallorca! Natürlich fahren wir zum Mond. Und das ist... Ich überlasse. Vielen Dank.